Wie ist das Gespräch zwischen Frau Bilkova, einer Arbeitssuchenden, und dem Personalchef eines Hotels, Herrn Kugler? Frau Bilkova möchte in dem Hotel als Zimmermädchen arbeiten. Sie stellt sich kurz vor und Herr Kugler stellt weitere Fragen zu ihrer Berufserfahrung. Frau Bilkova möchte wissen, was ihre Aufgaben sind, wie die Arbeitszeiten sind und wie viel sie verdient. Der Personalchef beantwortet ihre Fragen und begrüßt sie als neue Mitarbeiterin. Sie soll am nächsten Montag anfangen. Frau Bilkova bedankt sich und Sie verabschieden sich. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Dann sind Sie ganz richtig hier. Mein Name ist Herbert Kugler. Es freut mich sehr, Frau Bilkova. Nehmen Sie bitte Platz. Jetzt brauche ich bitte Ihre Unterlagen, den Lebenslauf, alle Zeugnisse und Ihren Personalausweis. Danke. Also Sie möchten als Zimmermädchen arbeiten. Ich sehe, Sie haben die Ausbildung als Hotelfachfrau erfolgreich abgeschlossen. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Danke. Also Erfahrung haben Sie, was sind Ihre Stärken? Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? So, und nun zu Ihren Aufgaben bei uns. Sie räumen die Hotelzimmer auf, saugen und wischen Staub und putzen die Bäder. Sie beziehen die Betten und sorgen dafür, dass alle Zimmer ordentlich sind. Wir legen sehr großen Wert auf Sauberkeit. Haben Sie noch Fragen? In der Teilzeit arbeiten Sie 20 Stunden pro Woche. Aufgeteilt an den Werktagen von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Passt es Ihnen? Und wenn Sie einmal krank ist oder der Kindergarten zu hat? Sie bekommen drei Wochen Urlaub im Jahr und verdienen etwa 700 Euro pro Monat. Sie haben vier Wochen Probezeit und eine Kollegin zeigt Ihnen in den ersten Wochen Ihre Aufgaben. Können Sie nächste Woche am Montag anfangen? Dann darf ich Sie als neue Mitarbeiterin bei uns herzlich begrüßen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Wir sehen uns am Montag um 8.30 Uhr an der Rezeption. Auf Wiedersehen, Frau Wilkowa. Vielen Dank. Vielen Dank.